Und wir blicken also nochmal zurück auf die wichtigsten Themen heute auch in Deutschland. Der Handel in Frankfurt ja beendet, einen verhaltenen Handel haben wir heute gesehen. Die Eins leiten dazu jetzt von Andreas Lipko, Marktstrategie bei Klegel & Hafen. Herr Lipko, schönen guten Abend. Ja, der DAX also heute sehr verhalten unterwegs, am Ende ein Plus von neun Punkten, das da steht. Es gab mal einen kurzen Ausschlag nach oben, als es hieß, die EZB denkt über einen Negativ-Einlagen-Zinssatz nach. Wie stehen Sie diesen Gerüchten denn gegenüber? Ja, guten Tag. Also ich denke schon genau, dass genau diese Nachricht dann zumindest auf den Nachmittag eingesorgt hatte, dass eben ein bisschen Schwung in den Handel gekommen ist. Und so gesehen die Konsolidierungsansätze, die wir ja immer wieder mal gesehen haben, hiermit dann unterbrochen worden sind. Interessant war aber auch genau die Reaktion, dass es eben nicht zum nachhaltigen Kursanstieg gekommen ist, sondern dass hier auch recht schnell die Gewinne wieder mitgenommen worden sind. Ein sicherlich interessantes Gerücht, was doch relativ unerwartet für mich insofern ist, als dass ich nicht gedacht hätte, dass die Notenbankpolitik von der EZB in diese Richtung weitergehen würde. Von daher betrachte ich das auch erstmal sehr, sehr vorsichtig und warte hier auf weitere Statements von Seiten der EZB. Und heute haben wir auf Statements geachtet von ThyssenKrupp. Da ging es um die Verkäufe der Stahlwerke. Aber eben nicht das große Problem Stahlwerk in Brasilien, sondern es ging um ein verkaufte Stahlwerks in Alabama. Deswegen wurden auch die Zahlen verschoben, weil man hier sich noch in exklusiven Verhandlungen befindet. Die Aktie wird weiter geprügelt. Jetzt ja alles andere als leicht zuletzt die Aktie von ThyssenKrupp. Was sagen Sie zu der Aktie? Ja, ThyssenKrupp hat natürlich das Sorgenkind, das ganze amerikanische Stahlgeschäft nicht wirklich gut handeln können. Hier gab es ja doch etliche Abschreibungen in Milliardenhöhe in den letzten Quartalen. Man hat versucht, es als Paket zu verkaufen, was nicht gelungen ist. Jetzt versucht man so gesehen, dieses Sorgenpaket ein bisschen zu entfernen und hier einzelne Geschäfte zu ermöglichen, weil eben doch das ganze Komplex so nicht verkauft werden kann. Daher auch die leichte Enttäuschung bei den Anlegern, weil man hier doch gedacht hat, dass man sich diesem Problem relativ schnell entledigen kann und dass es dann relativ schnell auch von der Agenda verschwinden wird. Jetzt kamen die ersten Statements raus, dass dieses Problem wahrscheinlich noch mindestens zwei Jahre in den Büchern von ThyssenKrupp erhalten bleiben wird. Hier gewinne vorher zumindest aus der Sparte nicht in Sicht. Also die Aktie ist sicherlich dann nicht mehr des Bersianers Liebling in den nächsten Monaten. Ein Bersianer Liebling war zuletzt aber die Deutsche Post, sieht man an dem Chart, der schön von links unten nach rechts oben ja verläuft, wenn man sich den letzten Monaten anschaut. Man hat heute gesagt, das Weihnachtsgeschäft, das wird sehr gut laufen. Wir müssen noch ein paar Leute mehr einstellen. Über eine Milliarde Pakete möchte man ausliefern im Jahr 2013. Da braucht man eine Menge Postboten für. Wird es so positiv weiterlaufen für die Deutsche Post? Sicherlich kann hier der Vorstand der Deutschen Post einen direkten Gruß an Amazon, Zalando und Co. senden und das wird er auch tun. Online-Geschäft blüht natürlich und hier profitiert die Deutsche Post Worldnet ganz klar davon. Sie haben schon recht gehabt, die Aktie alleine innerhalb des letzten Jahres um plus 67 Prozent für so einen konservativen Wert kann sich das durchaus sehen lassen. Ich denke, dass dieser Trend weiterhin anhalten wird, ob nur die Aktie auch in dieser Richtung und vor allen Dingen in dieser Geschwindigkeit weiter steigen wird im nächsten Jahr. Das würde ich jetzt mal ganz stark bezweifeln. Auf jeden Fall sind die Weichen jetzt in Richtung grüner Kursvorzeichen weiterhin gesetzt. Das Geschäft wird also nachhaltig gut laufen können, weil der Trend eben dahin geht. Die Gewinn-Dynamik wird ein bisschen rausnehmen, was die Kursgewinne angeht, aber auf jeden Fall wird die Deutsche Post in den nächsten Quartalen weiterhin gute Gewinne machen. Also das konservative Geschäftsmodell muss nicht immer ein schlechtes sein. Das sieht man hier bei der Deutschen Post. Wir schauen noch mal auf den Goldpreis. Da ist ja auch eine ganz spannende Situation zurzeit. Die Anleger scheinen das Gold so ein bisschen aus den Augen zu verlieren. Freut alle Männer, die Schmuck kaufen wollen für die Liebste zu Weihnachten beispielsweise. Aber die Anleger, die das als Versicherung oder Inflationsschutz sich ins Depot packen, sind zumindest zurzeit, langfristig gesehen ist ja immer noch der Goldpreis kräftig im Plus unterwegs, aber ja, die haben zurzeit ein paar Probleme mit dem Goldpreis. Was raten Sie den Anlegern? Ja, die Gold hat natürlich momentan genau diese Funktion verloren. Die Panik ist raus. Jetzt sind sozusagen nur noch die Realtay-Kunden drin. Große institutionelle Investoren haben sich größtenteils erstmal verabschiedet von den großen Goldbeständen, die in den letzten Jahren aufgebaut wurden, weil man eben doch hier gedacht hat, dass das Finanzsystem ins Wackeln kommt bzw. eventuell sogar kollabieren könnte. Hier waren ja doch die heftigsten Verschwörungstheorien im Markt gewesen, die jetzt erstmal zumindest beiseite geschoben. Das sorgt natürlich dafür, dass eben diese spekulative Luft, der Ansatz, der eben drin war, hier entweicht und macht es dann auch Tradern und eben auch Spekulanten leicht, den Druck auf der Fahrt nach unten zu vergrößern, indem man eben hier selektiv weiter Druck aufbaut, indem man eben Shortbestände im Gold weiter aufbaut. Das wird sicherlich ganz interessant, was wir beim COD-Report jetzt am Freitag dann sehen werden. Den sollte man sicherlich im Auge behalten. Um hier endgültig ein Fazit ziehen zu können, sollte man sehen, ob die Zwischenlows bei 1250 Dollar, ob die halten, wie weit die Fahrt dann nach unten geht, wenn dieser Bereich getriggert wird und dann eventuell entscheiden, ob man eine Position im Gold dann aufbaut oder nicht. Aber da würde ich auf jeden Fall den kommenden Freitag erstmal noch abwarten. Und dann schauen wir noch auf den Ölpreis, der sich zurzeit ja auch mal ein paar Pünktchen ins Bus, mal ein paar Pünktchen ins Minus hier verhält, aber auch ohne klare Richtung zurzeit unterwegs zu sein scheint. Liegt das auch so ein bisschen an den Konjunkturdaten? Die sind ja aber eigentlich zuletzt recht positiv abgelaufen. Interessante Situation und das ist genau auch der Aspekt, den man betrachten muss. Wir haben hier sicherlich sehr, sehr viel Spekulationen drin gehabt durch den Syrien-Konflikt, der zum Mitte des Jahres dafür sorgte, dass eben VTI hoch über die 100 US-Dollar gegangen ist auf 110. Dieser Aspekt ist jetzt draußen. Aber interessant trotzdem zu sehen, obwohl man ja auf der einen Seite von der konjunkturellen Front her gute Nachrichten bekommt, kommt eben der Ölpreis nicht weiter aus dem Knick. Und das zeigt doch, dass hier eine gewisse Diskrepanz vorhanden ist, dass hier eben die Nachfrage nach dem Schmiermittel des globalen Wirtschaftssystems eben doch ein Hinken ist und eben demzufolge doch nicht alles so glatt läuft, wie es vielleicht augenscheinlich laufen sollte. Sicherlich auf jeden Fall weiterhin zu betrachten und auch zu beobachten, wie sich der Ölpreis entwickelt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auf dem Niveau erstmal verheirren werden und dann im Laufe des nächsten Jahres wieder jenseits der 100 US-Dollar-Marke zurücklaufen werden. Also es bleibt auf jeden Fall spannend, auch bei den Rohstoffen. Dankeschön, Andreas Lipko, Marktesperte bei Kliegel & Hafner. Schönen Abend Ihnen. Wünsche Ihnen auch. Vielen Dank.